Ist das noch immer deine Lösung für den Steuerberater? Ganz ehrlich, das ist ziemlich aufwändig, das ist extrem fehleranfällig und das ist auch teuer, weil der Steuerberater nacharbeiten muss. Reduzier doch einfach den Aufwand und halt die Kosten klein und überschaubar. Die MyVectron Cloud mit DATEV-Anbindung schickt die Daten durchgängig digital von der Kasse zum Steuerberater. Einfacher geht's nicht. Die MyVectron DATEV-Schnittstelle ist klar überlegen. Sie ermöglicht den automatischen digitalen Datentransfer ohne weitere Arbeitsschritte. Sie ist Taxonomie- und DS-FIN-VK-konform und sie gewährleistet die Synchronität der Daten zwischen Kasse und Steuerberater.